heute sehen wir wieder den Crazy Weihnachtsmann auf der Schliche wir wollen ihn wieder crashen und los geht's oh ja, heute sieht er wieder crazy aus Boah! Crazy Weihnachtsmann, jetzt lass mich durch du bist heute wieder schon wieder so crazyhaft nur wieder lässt ich halte Crazy Weihnachtsmann da kommt der Crazy Weihnachtsmann oh, Crazy Weihnachtsmann du bist ein Crazy Weihnachtsmann Mann, kann ich das normal sein? der Crazy Weihnachtsmann hat sich einen neuen Look zugewandt ist doch mal krass, Ulf da kommt der Crazy Weihnachtsmann da kommt der Crazy Weihnachtsmann wir wollen uns doch crashen okay okay stattdurch da kommt der Kräger ooooh 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 so, we've been taught dells od